Ein einzelner Cent. Was kann man damit schon machen? Alleine nicht viel. Aber stellen Sie sich vor, jeder von uns würde bei seinem Einkauf nur ein paar Cents spenden. Schnell würden daraus ein paar Millionen. Millionen, die Deutschland helfen und verändern können. Millionen, die nicht nur einigen wenigen helfen, sondern uns allen. Zum Beispiel durch Projekte, die sicherstellen, dass unsere Natur auch morgen noch besteht, damit unsere Kinder darin spielen können. Mit Projekten, in denen sie schon früh lernen, wie wichtig der Erhalt unserer Umwelt ist. Oder durch Förderprogramme, die benachteiligten Kindern wieder die Hoffnung geben, dass es auch für sie eine glückliche Zukunft mit Liebe und mit Vertrauen gibt. Und in denen sie lernen, wie wichtig nicht nur der Einzelne, sondern vor allem das Miteinander ist. Oder mit Mehrgenerationenprojekten, in denen sich zum Beispiel Jugendliche um alte, kranke und bedürftige Menschen kümmern. Und Initiativen, die einen leichten Zugang zu Bildung schaffen. Und zwar für alle, überall in Deutschland. Ab jetzt kann jeder von uns Deutschland ein bisschen besser machen. Mit Maxi Martin Cent. Es genügen beim Bezahlen an der Kasse zwei kleine Worte. Aufrunden bitte. Machen Sie mit. Deutschland rundet auf.